Leute, ihr wolltet mich zurück, jetzt bin ich auf Tims Kanal. Ralf, mach mal Masse. Masse kommt. Jetzt lassen wir mal den kleinen Bengel ran. Ralf, mach mal Masse. Ich mach jetzt einen Giga-Bizeps, sagst du euch, ich muss jetzt noch schnell zu Ralf und Karl. Einen neuen Plan machen. Und wo steig ich auf? Ich steig jetzt in die F4-Ebene im Pro. Die haben wir extra von Tim gemacht. Das ist die, das ist die Tim. Im Grunde genommen ist es nach wie vor das F3-Training, aber der Tim, er passt es einfach so an, dass es halt auf ihn halt passt. Nicht jeder hat so eine, ist mit so einer Recovery-Zeit wie der Tim gesegnet, aber der Tim hat sich mit Recovery-Zeit deswegen trainiert er öfters, jeden Muskel zweimal im Jahr, hundertmal Proteinsynthese anregen. So gehört sich das. Was ist deins? Nee, das ist hundertprozentig deins. Ich hab kein Eis mehr. Okay Tim, wie geht's weiter? Ich hab den nächsten Satz hier. Du hast jetzt zuerst Bizeps-Langhand-Hand-Curls gemacht. Wie viel, wie viel, ähm... Das war jetzt 2 Sekunden. Wiederholung, bitte? Ich gehe jetzt runter auf 8. Genau, unterschiedlich im Wiederholungsbereich. Hier jetzt, hier jetzt natürlich der Vorteil, Bizeps im vollen Spannungsbereich, ja, die ganze Zeit unter Spannung. Das ist so statisch. Und zum Schluss kommt dann nur ein Grundsatz, oder? Jetzt machen wir kurz 20 Sekunden Pause, die 15 Kilo schon vor eingeschaut Konzentrationskirras. Ihr beginnt hier mit dem schwächeren Arm. Das ist wichtig. Immer, das sind eine kleine, die Regel immer mit dem schwachen Anfang. Welcher ist denn dein Schwacher? Der rechte. Der rechte, ja? Seht man? Ja, eindeutig, eindeutig. Richtig. Gut. Brauchen wir das hier mal so auf, damit ihr den Tim hier majestätisch von oben seht. Wie ihr das Ganze hier macht. Das ist nur dein Satz machen, bitte. Richtig, aber ich muss abhauen. Also, sicher nicht. Okay, mal jetzt. Ja, ich muss noch ein bisschen Duschen. Na gut, ich mache da noch ein bisschen Duschen. Und wer will, dass Ralf wieder am Start ist mit seinem Kanal, könnt ihr im Video einen Daumen hochgeben und reinschreiben. Ralf, mach mal Masse. Auch wenn der jetzt ausgelutscht ist. Ich hoffe, er hat es geholfen. Er ist komplett am Arsch. Und ich bin in den Magen. Gerade ist aufgestanden. Ciao, ciao. Wir lesen auch die Inhaltsstoffe. Also, versichere ich euch. 100% Natur. Und das allerbeste ist, es hat nur 19,9 Kalorien. Ja, das ist gar nichts. Also, man kann unbesorgt jeden Tag eins davon trinken. Das hat jetzt auch langsam angefangen. Es schmeckt nach, hier steht es nochmal drauf, orange Zitrone Grapefruit. Schmeckt nun auch raus. Ist wirklich nicht irgendwie, normalerweise schmecken die Dinger ja wirklich nach Chemie und alles. Aber ich finde, das hier geht absolut klar. Ist eine gute Sache. Und vor allem